Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Oh mein Gott, in diesem Video seht ihr meine bisher beste Runde Black Ops 4 mit meiner neuen absoluten Lieblingswaffe, der ABR. Ich muss zu der Waffe gar nicht viel sagen. Guckt euch aber das Gameplay an, Leute. Zu, zu krass. Vielleicht kommt in diesem Video ja sogar meine aller, allererste Nuklear. Einfach mal reinschauen, Leute. Das war auf jeden Fall zu krass und das war eine meiner ersten Runden. Ich war noch nicht mal richtig warm gespielt, deswegen verzeiht mir das Aim an manchen Stellen vielleicht, aber richtig krasse Runde gewesen. Viel, viel Spaß damit. Falls du diesen Kanal hier siehst, aber noch kein Abonnent bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Und jetzt viel Spaß mit der Runde und diese Waffe ist echt zu heftig. Wie er in die Stellung gerannt ist. Er dachte, er kann einfach da hinlaufen, Digga. Aber ich muss direkt flanken, Digga. Ich kann auch gar nicht frontal versuchen. Digga, die Burst war. Boah, wie viele Leute es da sind, Digga. Ja, wuuuuh. Nein. So gechoked. Next, der Abstauber. Der Spawn ist so out. Digga, wie konnte er nicht sterben? Drei Burst in den Kopf, wie ist das möglich? Auf jeden Fall, Mord. Noch einer. Ja, jawohl. Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Kannst du ihm erzählen? Wow, Digga. So, jetzt? Spawnen die hier gleich. Spawnen immer bei Stellung. Spawnen die hier. Manche habe ich keinen Aim, Digga. Das ist so katastrophal. Sind alle hier. Zeit ist, dass er sich nicht heilt, Mann. Das gefällt mir. So einen Streak haben wir 8-0. Okay. Das ist krass, Digga. Kalum 92, Jungs. Das ist eine Maschine, der Typ. Lass ihn mal auch gleich einladen. Ja, schade. Tod auf 11-0, Mann. Das war echt nice. Auch wenn ich keinen Aim habe. Nein. Der Stacheldraht, Mann. Das ist zu krass, Digga. Das ist, was ich nicht checke, Leute. Crossplay, gestern war irgendwie kein Crossplay bei Dingens, Leute. Gestern war kein Crossplay, habe ich gesehen. Da haben PC-Spieler auch Duos gespielt. Aber heute ist in der EU nur Crossplay oder müssen nicht alle Crossplay machen? Das habe ich nicht gecheckt, irgendwie. Für das Scrum-Turnier. Oh, die haben Taktik-Einstieg hier. Ist gut. Na, jetzt so gespawn-trapped. Oh, Mann. Okay, man muss kein Cross. Wo ist der denn? Ich habe echt gut rasiert, jetzt hier die ersten Minuten. Ey, das gibt es nicht. Manchmal... Ich muss hier erst an diese 150 Leben gewöhnen. Das ist so krass, Mann. Oh. Er ist 55 geboren, Digga. Da habe ich ihn geprefriert, Leute. Das war es komplett mit ihm. Jetzt wollen wir hier. Wie geht das denn? Das ist ein Bug. Alle Mitte. Boah, ich rasiere gerade euch vom anderen Star, Digga. Geht es ihm so schlecht, bitte spiegeln Sie danach. Wie ich ihm einfach ein Burst mitgebe, so zum Nachdenken. Elektronische Gegenstellung lokalisiert. Wo ist der? Wo ist der? Drohne in Position. Gegen Spionage aktiv. Wo ist der? Sind wir in Drohnen haben viele erfasst? Feind am Boden. Reibstoffcheck zur Hälfte. Kontradrohnen Energie bei 50%. Die Waffe macht von ihm. Die taugt mir, wie man so schön sagt. So, Teamate, das machst du. Boah, scheiße, ich bin aufgeregt gerade. 30 zu 3, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Streak habe. Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Ihre Kontradrohne hat das Einsatzgebiet verlassen. Komm und hol's dir. Wehe, einer ist hinter mir, Digga. Ich bin gerade viel zu eng. Hab den. Stellung identifiziert. Komm doch mal einen Meter weiter, Digga. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn nicht bekommen. Datenlink zur Drohne wird hergestellt. Stellung abgeriegelt. Digga, aber was macht der denn da? Ja, hier ist noch einer. Ziel erledigt. Drohne bereit. Ich bin mit dir wieder da, ja. Einer schwimmt hier durch. Und auch einer besser. Ich bin viel zu sweaty gerade, Mann. Meine Hände sind so nass. Ich habe auch gleich endlich bei den Dingen. Ich fließt durch den Gamer-Grip durch. Hast du drauf? Klar, Digga. Scoopeload. Double fail. Titel ist runter fertig. Ja. Okay, warte ganz kurz. Ja. Das kommt weg. Ich bin so tot. Weg hier. Digga, ich check jetzt gerade nicht, wo ich hin muss, Mann. Pass, hol die einfach von der Stellung, aber geh da nicht rein. Also nicht zu tief. Da gehe ich, obwohl ich selber nicht meine, ja. Belastend, Mann. Huch. Das war's komplett. Schmeißt du doch die Scheiße da jetzt hin, Digga. Boah, fuck, Digga Boah, hinter uns, ach du Scheiße Ich hab den aber Hund, aber freundlicher So, ich spiel entspannt gerade Was war das, Digga? Einfach so eine Mine oder so, Digga So soll, dass du defensiv spiel, Leute Man muss sich auch mal gönnen Wo spawnen die jetzt, Digga? Als ob die nicht hier spawnen Wir spawnen hier gleich, Leute, ich weiß es Ja, alte Stellung Komm schon, Marcel, Digga Oh, alte Stellung Schon wieder auf 10er Nein, der Hund Nein, nein, wie, Digga? Leute, wie hat er das gemacht? Die sind einfach gelin-up, man Oh, 22er Down, Digga Verlastend Alter, Leute, dieser Hund, das ist ja abnormal Lächerlich, Digga Lächerlich, Digga Lächerlich, man Das ist eigentlich so easy, man Ohne Scheiß, Digga Wo ist der Drecksküter? Stellung aufgeregelt Kämpfen um die Stellung Wir haben die Stellung verloren Stellung aufgeregelt Drohne verfissbar für Aufgaben Einfach kein Aim, Leute Ohne Scheiß, Digga Wenn ich Aim hätte, dann hätte ich es geschafft Konterdrohne in meinen Quadranten einsetzen Nein, ich laufe in seine Schüsse rein Man, wäre die Stellung hier gewesen Da weiß ich wenigstens, wie die spawnen, aber nein, Digga Sie spawnen am Strand Einer wird nur angezeigt Ich gebe ihm Der andere Ach, komm, das ärgert mich einfach jetzt grad voll, man Das hätte nicht sein müssen Ihre Konterdrohne hat das Einsatzgebiet verlassen Stellung lokalisiert Stellung abgeregelt Wir haben die Stellung verloren Ja, Kallung ist eh besser Das ist easy, Digga, du hast ja richtig gemacht, Alter Nein Ich hole jetzt die Stellungspunkte Da bist du noch aufs Streak Nein, nein Ich gehe jetzt gleich vor Stellung gesichert Mann, Leute, Digga, das war's komplett Bis zum Hai, Gelle Bis zum곡 Bis zum встреч